Gut, dass ich das jetzt sagen kann. Willkommen beim letzten Part von Pokémon Crystal. In diesem Part schauen wir uns den letzten Winkel der Silberhöhle an. Und es geht los. So, und diese Dunkelheit wird mich nicht aufhalten. In den letzten Bereich jetzt zu kommen. So, ich konzentriere mich jetzt darauf. Ich habe den Weg in Erinnerung. Deswegen kann ich jetzt gerade nicht so viel sagen. Ich muss mich gerade konzentrieren. So, hier ist ein Golbert. Das stört meine Konzentration enorm. Haha, ich habe es gewusst. Okay, gut. Und jetzt ist es hier ein bisschen heller. Warum ich jetzt so faul war, ein Pokémon mitzunehmen, das Splitz kann. Keine Ahnung. Ich will einfach alle Pokémon bei dem letzten Kampf dabei haben. So. Das ist wie ein Pokémon, wisst ihr was? Scheiß auf die... Nein, kein Fluchtsaal. Das ist das letzte, was ich jetzt einsetzen möchte. So. Gut, was erwartet uns jetzt zu einem letzten Winkel der Silberhöhle? Schauen wir uns das an. Okay, weiter geht's. Hier ist es noch heller. Interessant, interessant. Und hier geht's geradeaus. Okay, gut. Und das ist hier eigentlich zu... Wer ist das? Wer bist du? Oh je. Das ist... Ist das... Das ist rot. Das ist der Trainer, mit dem wir im Game Let's Play gespielt haben. Wir haben so viel erlebt, als dieser Trainer. Und jetzt kämpfen wir gegen ihn. Gut. Es ist eine Zeit. Der Kampf gegen Rot. Los geht's! Der letzte Kampf. Der finale Kampf in diesem Let's Play. Sein erstes Pokémon. Pikachu, Level 81. Hoffentlich versteht ihr jetzt, warum ich meine Pokémon auf Level 70 trainiert habe. Okay, sein Team ist nicht zu unterschätzen. Das ist der stärkste Trainer, den es jemals im Pokémon jemals gab. Okay, wir greifen jetzt an mit Erdbeben. Ob's ein Wolletkill wird, kann ich nicht sagen. Pikachu ist zäh. Okay, das war ein Wolletkill. Gut, das war das Pikachu, was wir damals in der Bastion von Professor Eich bekommen haben. Was kommt als nächstes? Sienna. Gut, dieses Pokémon hatten wir im Gap-Lets-Play nicht. Das hat er sich ins Ziel geholt, nehme ich an. Da Sienna bestimmt mit einer Psych-Attacke angreifen wird, wechsel ich zu Nachtara. Unseren eigenen Evoli-Entwicklung. Gut, ich greife es an mit Hyperstrahl. Okay, er hat uns das mit Sternschau an. Nicht allzu schlimm. Unser Nachtara steckt es locker weg. So, Hyperstrahl. Ah, ich glaub, komm, das wird ein Wolletkill reichen, ey. Aber es hat ihm zu helft, ja, aber es hat gezogen. Das ist gut. Gut, unser Nachtara muss für eine Runde aussetzen, weil es Hyperstrahl benutzt hat. Er kann uns mit seinen Sternschau nicht allzu sehr schaden. Hyperstrahl! Okay, gut. Sienna, sein zweites Hattemy auch erledigt. Fehlen nur noch vier weitere. Sein nächstes Pokémon. Und das Relaxo, was ich uns damals in den Weg gestellt hab. Erinnert ihr euch noch? Okay. Er setzt Amnesie ein. Dieses Relaxo ist sehr zäh. Es kann bestimmt Erholung. Ich wechsle jetzt zu X-Bud. Er greift unser mit Body Slam. Gut, dass wir unser Pokémon trainiert haben. Unser X-Bud wird der Tagge überstehen. Ja, gut. Und jetzt ergreife ich damit Toxin. Das senkt mir jetzt jede Runde seine KP um einen bestimmten Prozentsatz. Allerdings glaube ich, dass er Erholung einsetzen wird. Oh, unser X-Bud hat ein bisschen Damage bekommen. Jetzt entfliege ich der Gefahr und benutze Fliegen. Und das Gift fügt Relaxo weiterhin Schaden zu. Und das immer mehr in jeder Runde. Jetzt trifft unsere Fliegenattacke das Relaxo sehr gut. Ja, hat ihn fast zur Hälfte abgezogen. Seine KP. Oh, wird X-Bud ist überleben. Ich glaube nicht. Oh, es hat die Attacke überlebt. Sehr gut. Okay, gut. Relaxo ist kurz davor zu sterben. Wenn dieser Fliegenangriff jetzt trifft und das Gift reicht, wird Relaxo, ja. Ich will lange leben. So, jetzt da fliegen. Sehr gut. Damit haben wir ihn schon zur Hälfte erledigt. Dann sein nächstes Pokémon. Turzog. Das Pokémon haben wir damals in Oraner City bekommen. Hier wechsle ich das Pokémon aus und wechsle zu... Wohingenau. Jetzt greift er mich bestimmt in seiner Spezialattacke an. Ja, Blizzard. Okay, ich benutze jetzt Spiegelcape. Er benutzt Regeltanz, um seine Wasserattacke zu verstärken. Ich gehe davon aus, dass er jetzt mit Surfer angreifen wird. Genau. So, hoffen wir, dass es eine Menge abzieht, damit wohingenau das Konter effektiv ist. Okay, Spiegelcape. Das müsste ihm sehr viel abziehen. Aber ob es für einen Kill reicht, kann ich nicht sagen. Ich bezweifle es. Gut, es hat doch für einen Kill gereicht. Sehr schön, wohingenau. Damit fehlen nur noch zwei. Das nächste ist Glurak. Haben wir damals bei der Nackenbrüche gefunden. So, jetzt zeigt sich die Überreste von wohingenau. Er greift uns mit einem Spezialangriff an. Aber mein wohingenau kann den Angriff konterten. Spiegelcape. Das wird kaum für einen Warnerkill reichen, weil er wohingenau kaum Schaden bekommen hat. Genau. So, die Überreste machen sich wieder bezahlt. Wohingenau kriegt weiter Schaden. Das ist gut. Denn jetzt kann die Spiegelcape ihn weiterhin noch. Einige Kp abziehen. Und Warnerkill. Und Warnerkill. Und Killed. Gut, jetzt kommt sein letztes Visafloor. Das Pokémon haben wir damals in der Zoro City bekommen. Okay, er wird uns wahrscheinlich mit einer Kombination aus Solarstrahl und Sonnentag anseifen. Okay, er benutzt Kriegersauger anstelle des, was ich eh erwartet habe. So, hoffen wir, dass der Spiegelcape noch eine Menge abzieht. Sehr schön. Und die Überreste zeigt sich wieder. Jetzt benutze Solarstrahl. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt erwarten, dass wohingenau brauen geht. Ich könnte erwarten, dass wohingenau es überleben wird und ihn mit Spiegelcape angreifen. Ich bin nur zu Spiegelcape, weil ich glaube, es wird den Solarstrahl überleben. Schauen wir mal nach, ob es so ist. Ja, es hat den Angriff überlebt. Ganz wie ich es gesagt habe. Auch sehr, 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 sehr knapp. Okay, das war's. Visafloor und Trainer Roth ist Geschichte. Das war der stärkste Trainer in der Geschichte von Pokémon und wir haben ihn erledigt. So, wir kriegen 15.400 von ihm. Und jetzt ist er verschwunden. Und das war's auch für mein Kristall-Lisplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, und ich hoffe, ich konnte den Part einigermaßen episch gestalten. Ja, gut. Das nächste Pokémon-Let's Play ist Pokémon Pearl. Wann das startet? Ähm, mindestens in einem Jahr, weil ich ein Jahr meinen Kanal pausieren werde. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Also, bis dahin, bis zum nächsten Pokémon-Let's Play. Euer Yanka AP. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.